Was sind die ersten Schritte, die du tun musst, wenn du ein professioneller Trader werden willst oder welche Schritte sollte grundsätzlich jeder durchgehen, durchlaufen, wenn er professionell Trading lernen will, auch wenn du jetzt nicht unbedingt am Anfang stehst, sondern schon irgendwo die ersten Videos irgendwo mal angeschaut hast, vielleicht ein paar Bücher dazu gelesen hast, aber es trotzdem noch nicht dazu gekommen ist, dass du wirklich konstant professionell tradest. Darum geht es in diesem Video, wo ich auch zeigen will, was notwendig ist oder welcher rote Faden der beste ist und welche Schritte die optimalsten sind und dich am schnellsten zu deinem Ziel führen können. Darum geht es in diesem Video, deswegen bleib dran und herzlich willkommen auf dem Kanal. Ich möchte in diesem Video kurz wahrscheinlich einen Schritt zurücktreten und grundsätzlich das Thema Trading oder den Weg zum professionellen Trader etwas wahrscheinlich von der Seite oder von oben betrachten, damit wir nicht gleich wieder mit einem neuen Video, mit irgendeiner neuen Strategie oder irgendeinem konkreten Thema starten, welches ich dann erkläre, wie normalerweise in meinen Videos auf diesem Kanal. Hier geht es eher darum, die abzuholen, die wahrscheinlich noch nicht vom ersten Video an auf diesem Kanal sind oder meine Follower sind, sondern wenn du zum Beispiel innerhalb der letzten Zeit oder letzten Monate erst dazu gestoßen bist und vielleicht erst nur ein paar Videos zu konkreten Strategien von mir gesehen hast, die ich getestet habe auf diesem Kanal. Wenn du noch keine Strategie gesehen hast, die ich hier 100 Mal hintereinander getestet habe für unsere Community, dann kannst du oben den Link anklicken. Da findest du die ganze Playlist mit allen getesteten von mir Trading Strategien. Aber hier geht es nicht darum, hier geht es, sondern welche Schritte sind grundsätzlich notwendig, wenn du jetzt erst am Anfang stehst und durchstarten möchtest, weil jeder steht ja an einem anderen Punkt am Anfang. Also jeder hat einen anderen Startpunkt und deswegen möchte ich hier ein bisschen so einen roten Faden aufzeigen, vor allem was ich hier auf dem Kanal gemacht habe bereits und wie die Struktur hier ausschaut, was man auf jeden Fall als erstes anschauen sollte oder mit was man beginnen sollte und was man danach weitermachen sollte. Wenn du jetzt zum Beispiel anhand meines Kanals lernen willst oder grundsätzlich die Themen, die wichtig sind, um Trading zu lernen. Das ist ja alles, wenn du zum Beispiel nur jetzt auf die Videos geklickt hast, die ganze Übersicht ist ja alles sehr durcheinander, da weiß man gar nicht, mit was man so richtig anfangen soll. Deswegen möchte ich hier so ungefähr eine Richtlinie geben, damit es für dich am leichtesten fällt, Trading zu lernen und du den schnellstmöglichen Weg hast, auch zu einem professionellen Trader oder zum professionellen Trading zu kommen. Deswegen habe ich jetzt erstmal hier kurz jetzt die Playlist angefangen. Wenn du meinen Kanal aufmachst, dann siehst du hier die Übersicht normalerweise, die man normalerweise als erstes sieht, aber dann kann man ja oben hier auf Videos, Shorts, Playlists klicken. Und ich habe das Ganze ja mit bestimmten Hintergedanken gemacht. Also ich habe das von vornherein eine bestimmte Struktur hier aufgestellt mit am Anfang diesen drei Bereichen. Es kommen später auch weitere dazu, aber nicht alle klicken ja oft auf diese Playlist, sondern schauen einfach die Videos an und da ist ja alles etwas durcheinander. Deswegen habe ich hier etwas bessere Struktur drin und wenn du am Anfang stehst und erstmal vielleicht ein paar Videos zu meinen Strategien gesehen hast, würde ich ja auf gar keinen Fall empfehlen, sofort mit dem Trading einer Strategie davon anzufangen. Sondern auf jeden Fall erstmal diese Trading Ausbildung, die ich hier angefangen habe, also diese Trading Academy, die ich hier vor ein paar Monaten gestartet habe. Auf jeden Fall mit diesen Videos anfangen und wenn ich mal hier, wenn du da drauf klickst, dann kommst du auf diese Playlist hier. Und die würde ich empfehlen für alle, die jetzt am Anfang stehen, erstmal durchzugehen. Da gehe ich wirklich auf alle Themen ein, die man am Anfang als angehender Trader wissen sollte. Also rund um jetzt grundsätzlich das Thema Geld verdienen mit Bitcoin Trading, was ich davon denke. Dann ist es nicht so wichtig, irgendwie die Tutorials zu den Plattformen, zu Fairdesk oder zu BitGet habe ich ja beide drin. Das sind gute Plattformen, sehr gute Plattformen sogar, also die besten finde ich meiner Meinung nach der Zeit. Wenn du später mit dem Trading loslegen willst, dann empfehle ich auf jeden Fall entweder BitGet oder Fairdesk als Plattform für mich zum Trading zu nutzen, weil ich diese auch nutze. Ich habe sehr viele Plattformen getestet und ich habe auch bestimmte Konditionen für meine Follower ausgehandelt. Und unten siehst du die Links, wo du dich kostenlos an diesen Plattformen registrieren kannst und bis zu 5000 US-Dollar Bonus nochmal auf dein eingezahltes Deposit nochmal drauf bekommst. Unten kannst du dich kostenlos registrieren, das kurz dazu. Aber das ist jetzt nicht, womit man anfangen sollte, sondern wirklich mit dieser Videoreihe, die auch dann von Teil 1 bis zu Teil 9 haben wir mittlerweile. Und es geht ja noch weiter. Ich mache immer weitere Videos in dieser Trading Ausbildung. Und hier siehst du auch wirklich, was ist grundsätzlich Trading mit Hebel, was sind Candlesticks, Trends erkennen, was sind Support und Resistance Zonen auf dem Chart, Moving Averages, Indikatoren und so weiter. Vor allem Trading View. Damit analysierst du ja den Chart. Also man sollte auf gar keinen Fall die Charts auf den Plattformen BitGet oder Fairdesk selbst analysieren, weil da ist der Spielraum sehr klein. Also da sind die Charts relativ klein dargestellt und man hat viel weniger Tools zur Verfügung, mit denen man analysieren kann. Sondern man sollte auf jeden Fall Trading View selbst benutzen für die Analyse der Charts. Und dann die Ordern, also die Trades dann aber ausführen auf den Plattformen BitGet oder Fairdesk. Oder natürlich die Plattform deiner Wahl. Du bist auf gar keinen Fall gezwungen, diese beiden zu nutzen. Ist nur meine Empfehlung. Natürlich kannst du die benutzen, mit der du gerne vielleicht schon tradest, wenn du schon angefangen hast. Ja, dann grundsätzlich so Themen. So öffne ich Trades mit Risikomanagement. Also wie du die Trading Positionsgröße korrekt berechnest, dass du maximal, wenn du ein Stop Loss und ein Take Profit auch festgesetzt hast, dass du maximal deine, wenn du jetzt 2% pro Trade festgesetzt hast an Risiko, dass diese auch eingehalten werden. Deswegen muss ja von vornherein deine Positionsgröße auch berechnet werden. Und all diese Themen, auch hier für Bonacci, werden hier auch durchgenommen. Und es kommen immer weitere. Ich bin hier noch lang nicht fertig, aber wenn du jetzt am Anfang stehst, solltest du auf jeden Fall diese Trading Ausbildung mal komplett anschauen. Und auch, wenn neue Videos hinzukommen, auf jeden Fall hier nochmal reingehen und diese ebenfalls anschauen. Weil das bereitet dich bestmöglich vor zum Traden selbst, damit du eine gute Basis hast, zum Verständnis, was Trading eigentlich ist und welche Aspekte es beinhaltet. Und dann, wenn du damit fertig bist, natürlich kannst du dich an die ersten Strategien mal ranwagen. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, haben wir hier die Trading Strategien. Und die einfach mal, wenn ich jetzt da auch draufgehe, das ist hier, wenn ich jetzt auf Trading Strategien hier draufgeklickt habe, komme ich hier dann hier drauf. Und das sind ja all die Trading Strategien, die ich derweil jetzt getestet habe auf diesem Kanal 100 Mal hintereinander. Da unten auch der Link, wie gesagt, zu dieser Reihe. Und hier sind ja über 36 Strategien, habe ich mittlerweile getestet, kommen auch immer neue dazu. Ich bin ständig auf der Suche nach neuen Strategien, die ich irgendwo im Internet finde. Und diese teste ich selbst ja 100 Mal hintereinander nochmal selbst auf diesem Kanal, damit nichts zu voll überlassen bleibt. Weil wenn du schon länger dabei bist, hast du ja mittlerweile auch gemerkt, dass viele ganz andere Sachen versprechen mit den Strategien. Aber auch, wenn sie diese selber testen, dass trotzdem ich ganz andere Ergebnisse habe, als die Tests auf den anderen Kanälen. Deswegen solltest du auch nicht komplett mir vertrauen. Also ich habe wirklich die Tests mit reinem Gewissen wirklich ehrlich durchgeführt. Aber du sollst auch nicht darauf komplett vertrauen, sondern wenn du eine Strategie traden willst, immer selbst nochmal 100 Mal hintereinander mindestens testen. Das kann ich dir nur ans Herz legen, ganz wichtig. Denn dann bekommst du auch ein Gefühl für die Strategie und verstehst auch, dass eine normale, profitable Strategie auch 3-4 Mal im Verlust hintereinander sein kann. Und das nicht heißt, dass du nicht gleich aufgeben solltest mit der Strategie und diese irgendwie schlechtest oder so, sondern dass es ganz normal ist. Und wenn du das auch mal getestet hast, dann bist du ja darauf vorbereitet. Du verstehst, das ist normal. Ich kann einfach nur weiter traden und die Strategie ist trotzdem langfristig profitabel. Deswegen jede Strategie auf jeden Fall immer selbst testen. Ansonsten, wie gesagt, also ich habe ja die ganzen Testergebnisse auch hier ebenfalls. Diese Excel-Tabelle findest du ebenfalls in allen Videobeschreibungen, in allen Videos immer einen Link dazu. Da kannst du nochmal alle Trading-Strategien hier nochmal anschauen. Hier auch der Name der jeweiligen Strategie auf YouTube, wenn du diese auf YouTube auf dem Kanal nochmal finden willst und anschauen willst. Und hier wirklich Timeframe, Risk-Reward-Ratio, also das CRV. Dann wie viele Tage Daten ich für die jeweiligen 100 Tests gebraucht habe. Gewinnrate, Gewinn auf dem Konto nach 100 Trades und so weiter. Also du hast wirklich alle möglichen Statistiken hier zur Verfügung gestellt. Komplett kostenlos findest du auch. Und da kannst du wirklich auch schon mal anfangen, eine oder die andere Strategie mal anzuschauen. Mal wirklich, wie ich das auch auf dem Kanal zeige, die Indikatoren auch zu finden. Zu schauen, wie diese Indikatoren auch funktionieren. Und vielleicht auf dem Testkonto oder auf dem eigenen Konto mit relativ kleinem Risiko mal anfangen zu traden, damit du auch ein Gefühl bekommst, weil ganz wichtig, parallel zum Lernen sollte man auch praktizieren. Weil du, wenn du nur lernst, wenn du nur die ganze Zeit nur Bücher liest über Trading, irgendwelche Videos anschaust, aber nie selbst irgendwie mal so mal, wie sagt man, Blut geleckt hast sozusagen. Wenn du mal selber Trades ausgeführt hast, Stop-Loss gesetzt hast, in den Stop-Loss mal der Trade auch Garant ist oder auch im besten Fall sofort ein Take-Profit, was ich natürlich jedem wünsche. Aber das muss man auch so ein Gespür dafür bekommen, wie das eigentlich mit dem Trading in der Praxis ausschaut. Deswegen empfehle ich dir so früh wie möglich, nach dieser Trading-Ausbildung, nach dieser Videoreihe sofort dann zu versuchen, ein paar Trades auch mal zu öffnen und zu schließen, damit du ein Gefühl dafür bekommst. Und Step-by-Step dann wirklich immer mehr Trades raus, also mal auszuprobieren und auch den Chart zu beobachten. Weil das ist eine Sache, wenn du einen Backtest von mir anschaust, also selber das Ganze backtestest, 100 Mal. Aber dann im Live-Crading ist das nochmal ja was ganz anderes, weil dann siehst du ja nicht, was später kommt im Chart. Und dann ist, erstens musst du deine Emotionen auch beobachten, weil der Chart verleitet dich dann zu ganz anderen teilweise Entscheidungen zu, vor allem dazu, dich anders zu verhalten oder andere Sachen zu machen, als deine Strategie dir vorschreibt. Und das ist auch ganz wichtig, das irgendwann unter Kontrolle zu bekommen, weil es passiert dann jedem, dass du dann vielleicht zweifelst, weil der Chart dann irgendwie nicht ganz so ausschaut oder nicht ganz deiner Meinung, deiner subjektiven Meinung nach nicht ganz so gut ausschaut für einen Trade, aber deine Strategie, die das vorschreibt und du trotzdem einfach nur danach handeln musst. Weil sobald du abweichst von deiner Strategie, da fangen die Fehler an, da fängst du an auch Verluste zu machen, wenn du abweichst von deiner Strategie, die du schon mal getestet hast. Deswegen ganz wichtig, selbst auf jeden Fall praktizieren. Ansonsten würde ich hier auch dir vorschlagen, dann beim Praktizieren habe ich ja noch eine Videoreihe hier, das heißt Tools und Tricks. Und hier sind alle möglichen Themen, die irgendwie beim Trading wichtig sind, die irgendwann mal, also die Fragen beim Trading auf jeden Fall auftauchen und die ich versuche, in diesen Tools und Tricks zu beantworten. Und wenn ich mal hier das Ganze aufmache, dann gibt es hier alle möglichen verschiedenen Themen. Also vielleicht stellt sich diese Frage dir nicht, vielleicht ist es dir unwichtig, dem anderen aber schon. Deswegen hier sind einfach Themen komplett random hier drin rund ums Trading. Also drei Fehler im Trading, also die drei am meisten jetzt passierenden Fehler beim Trading oder was grundsätzlich Long und Short ist. Dann wie du grundsätzlich gute Altcoins zum Traden findest oder zu investieren. Also hier geht es eher darum, Altcoins zu finden, die man langfristig halten will. Da habe ich auch eine ganze Analyse hier in einem Video verpackt, wie du gute Projekte grundsätzlich für dein HODL-Portfolio analysierst. Aber auch muss man überhaupt, also nutzt es überhaupt 100x Hebel zu nutzen. Also ob das gut ist, ob das schlecht ist, wann man das nutzen sollte, wenn überhaupt. Dann ja, deine Daten im Trading View verdoppeln, wie du viel mehr Daten zur Verfügung bekommst. Was noch? Also wirklich random komplett, ja, hier welche Altcoins, also wie du eine Altcoins zum Traden aussuchst, welche solltest du traden, nach irgendwelchen Strategien, welche besser am besten nicht, wieso und was ist ein Trading Journal und wieso oder wieso auch nicht du eins führen solltest. Auch ein sehr wichtiges Thema, auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Ja, Indikatoren, welche Indikatoren man nutzen sollte, ob Indikatoren überhaupt notwendig sind, welche Trading Bücher, wenn du Bücher magst, also ich mag es wirklich auch Bücher zu lesen, welche drei Trading Bücher, die meine Lieblingsbücher sind und die mich am meisten vorangebracht haben beim Trading. Ja, dann vielleicht das Interview mit Nabi und einem anderen Profitrader, der ein bisschen von seiner Geschichte erzählt und da kann man auch eine Menge lernen beim Interview, das habe ich vor kurzem mit ihm gedreht. Super, super Persönlichkeit, auch ein super Trader, sehr zu empfehlen, das Ganze mal anzuschauen. Wie du deine Positionsgröße automatisch bei Trading View berechnen kannst, also ohne irgendwelche Taschenrechner rauszuholen, sondern das Ganze geht ja viel schneller direkt im Trading View drin, damit du auch keine Zeit verlierst, vor allem beim Scalpen, wenn du kleinere Trades sehr schnell auf und zu machen musst, dann ist das auf jeden Fall ein Video sehr wichtig zum Anschauen und so weiter. Hier kommen auf jeden Fall immer öfter immer mehr Videos zu Tools und Tricks generell zum Trading auch auf jeden Fall anzuschauen und ja, das ist ungefähr so der Leitfaden, den ich dir ans Herz legen will, dass du wie gesagt mit der Trading Ausbildung auf jeden Fall anfangen solltest und nicht mit dem Traden und dann parallel Trading Strategien mal sich rantastest, mal die ersten Trade machst und parallel dazu Tools und Tricks immer mal wieder reinschaust, also zum einen, was schon da ist, auf jeden Fall mal durchschaust komplett, weil das wird dich auf jeden Fall sehr schnell voranbringen und sehr viele Fragen, die beim Traden auftauchen, hier schon vorab beantwortet werden, aber auch werde ich hier immer mehr auch dazu Videos abdrehen, weil es sind so viele Themen, die ich noch abdrehen will, weil ich weiß oder ich sehe auch vor allem in Kommentaren, welche Fragen auch gestellt werden und auf diese, damit ich nicht nur in einem Kommentar jemandem antworte, sondern direkt ein Video dazu abdrehe, weil ich weiß, dass vielen wahrscheinlich diese Frage dann auch aufkommt, wenn es schon eine Person dann fragt und hier das Ganze auch weiter ausgefüllt wird. Natürlich will ich auch von dir wissen, vor allem welche Fragen dir noch wichtig sind, also was ist dir noch unverständlich, welche Themen willst du vielleicht noch ein bisschen mehr bearbeitet haben oder von mir ein bisschen ausführlicher beantwortet haben, wenn das so ist, schreib auf jeden Fall unten in die Kommentare deine Fragen, die dir wichtig sind im Trading und ich versuche die auch dann vielleicht kurz im Kommentar dann zu antworten, aber eventuell auch ein großes Video dazu zu machen, wenn es ein Thema ist, dass man noch ein bisschen tiefer reinspringen kann. Deswegen auf jeden Fall unten freue ich mich auf deine Kommentare und lass ein Like da auf jeden Fall unter dem Video, wenn dir dieses Video gefallen hat und dich weitergebracht hat. Ansonsten wünsche ich dir noch erfolgreiches Trading, einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.